Hallo und herzlich willkommen beim Altstadt-Optiker, Ihrem Experten für den absoluten Durchblick in Gelsenkirchen. Als Optiker kümmern wir uns seit 1977 mit individuellen Brillenfassungen und Gläsern, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen um die klare Sicht unserer Kunden. Von Designerbrillen über moderne Brillengestelle bis hin zu Tages- und Jahreslinsen bieten wir Ihnen eine Vielzahl an unterschiedlichen Sehhilfen. Gerne helfen wir Ihnen mittels modernster Augenglasbestimmung und verschiedenen Sehtests, das für Sie passende Modell zu finden. In unserer hauseigenen Meisterwerkstatt versehen wir Ihr Wunschmodell dann mit Gläsern Ihrer Sehstärke. Bei Unfällen oder durch Abnutzung bedingte Schäden wie Kratzer oder Verbiegungen stehen wir Ihnen selbstverständlich auch nach dem Kauf für mögliche Reparaturarbeiten zur Verfügung. Lassen Sie sich von unserem Fachpersonal beraten, auf Wunsch direkt bei Ihnen vor Ort. Bequem und einfach. Altstadt-Optiker, wir freuen uns auf Sie!